felsenfest und schlank und schnell so beschreibt sich selber q4 os das interessante an q4 os ist es nutzt den kde desktop in der version 3 aber in einer völlig eigenen variation nämlich dem trinity desktop und das schauen wir uns heute an also schnappt ihren tee los geht's einen wunderschönen sonnigen sonntagnachmittag es ist wieder sonntagszeit für sonntags os und heute widmen wir uns q4 os q4 os ist jetzt erst ende september geupdatet worden mit einer einem neuen release einer neuen version wir sehen hier ist ein ziemlich großer versionssprung gekommen von 3 15 auf 4.6 gemini q4 os ja das ist ein debian könnte man sagen es ist ein um ein geforktes debian mit einer kde 3 desktop umgebung allerdings kein echtes kde 3 sondern die trinity desktop environment nennt sich das tte und hier sieht man auch schon born as a fork of kde 3.5 also als es geforkt also kopiert wurden von kde 3.5 so hier auf der download seite hat man hier die möglichkeit einmal gemini plasma runterzuladen da kann man tatsächlich dann auch plasma 4 oder 5 ich bin mir nicht sicher ich habe es leider nicht überprüft aber das original kde plasma herunterladen oder eben gemini mit dem trinity desktop es gibt hier jeweils die zwei version mit install cd und live cd ja es ist wenn du unsicher bist was du nehmen sollst nimm immer die live cd da hast du dann mehrere funktionen auch die du schon mal austesten kannst so sehr interessant finde ich auch einen installer für windows bei dem installer für windows ist das ziemlich interessant sobald man man kann im prinzip eine exe datei herunterladen und zwar hier wind setup exe und dann kann man diese auf seinem windows einfach starten und von dort aus dann direkt aus dem windows heraus q4 os direkt neben windows installieren super einfach und sehr sehr entspannt so das machen wir jetzt aber nicht sondern ich habe mir wie gesagt die live dvd schon heruntergeladen die ist knapp 1 gb groß sollte also kein problem sein ja und einmal eingelegt und gestartet wird man dann im grub so begrüßt gibt zwei versionen einmal failsafe mode und den normal live cd wir gehen ganz normal in die live umgebung ein so und noch bevor die eigentliche umgebung startet werde ich jetzt hier gefragt nach einem konfigurationstool zum screen scaling und das hat mich ernsthaft überrascht weil hier muss ich echt sagen können sich andere betriebssysteme wirklich wirklich eine scheibe abschneiden das ist genau das was sich viele viele nutzer wünschen die in 4k monitor haben dass man gleich zu beginn mal das scaling entsprechend einstellen kann hier auf der kleinen virtuellen maschine bei dem recht kleinen display ist das jetzt vielleicht gar nicht so wichtig allerdings sind 4k displays oder sogar 8k displays ja durchaus weit verbreitet in den haushalten und es gibt wirklich kaum was schlimmeres als jedes mal ein system in eine live umgebung reinzuladen oder überhaupt ein betriebssystem zu laden was zwar schön in 4k aufgelöst ist aber nachher sind alle buttons und schriften so dermaßen klein dass man es nur noch mit einer lupe sehen kann und dem kommt q4 os sogar komplett zuvor indem man hier die möglichkeit hat noch vor bevor das betriebssystem überhaupt lädt bevor die desktop oberfläche lädt kann ich hier den scaling faktor schon einstellen ja zum beispiel auf 2.0 das bei 4k dann oft der fall dann haben die tipps dann wenn man 4k eingestellt hat dann die auflösung von full hd und das ist für viele absolut ausreichend ja so hier bei advanced options kann man sogar hier noch ein genial anzeigen lassen und dann kann ich sogar ein genial hier an mein display an meinen monitor anlegen und gucken wie ist denn die wahre entfernung der ich sag mal hier zehn zentimeter in dem fall sehr schön nein wirklich ganz ganz großes kino hat mich super überrascht ich bin schon geflasht noch bevor es überhaupt gestartet ist finde ich echt toll ja und dann hier gleich wird auch schon die sprache abgefragt damit er sich direkt während bevor wir überhaupt auch in die installationsroutine nach hereinkommen dass er auch hier schon die entsprechenden sprachpakete heruntergeladen hat finde ich sehr sehr gut ja hier wird man mit einer wunderbaren melodie begrüßt das ist so dieser typische ja generische start up sound start up melodie ja ist auch mal wieder schön so was zu hören auch das ist ja immer weiter eine seltenheit geworden so hier haben wir einen willkommen bildschirm diesem widmen wir uns aber nachher nach der installation deswegen schließe ich den erstmal und möchte zuallererst das display mal einstellen denn wie wir alle wissen erkennen die betriebssysteme immer die virtuellen displays nicht so dann wollen wir hier einmal full hd und sehr gut und dann gehen wir einfach schon mal auf install q4 os und jawohl hier haben wir den calamaris installer das ist der installer der auch für den ihr sicherlich schon mal gesehen habe nämlich bei debian bei bei unter unserer debian installation da hatten wir denselben installer ist ja auch kein wunder denn schließlich basiert ja das gesamte q4 os auf debian so deutsch ist schon eingestellt berlin die zeitzone hat das schon erkannt weil ich bereits mit dem internet verbunden bin internet kann man dann hier unten bei diesen zwei pfeilen auch einstellen falls du also jetzt keine kabelverbindung hast hast du hier auch die möglichkeit dann eine neue wifi verbindung ebenfalls nachher einzurichten je nachdem ob ein wenn eine drahtlos karte eine drahtlos netzwerk karte im gerät erkannt wird wird hier diese auch angezeigt und dann kann man sich auch mit wlan verbinden so einmal weiter so hier habe ich die möglichkeit meine tastatur auszusuchen deutsch standard hat er jetzt hier gewählt hier oben sehe ich fehlen fehlt mir noch die akzent tasten das sind dann die not dead keys die ich immer meine jetzt sind sie nämlich beide da und dann geht es einmal weiter und hier habe ich jetzt die möglichkeit das desktop paket auszuwählen und das finde ich auch sehr sehr interessant denn je nachdem wie viel festplatten speicher ich überhaupt an meinem laptop zum beispiel habe wo ich das installieren möchte oder an meinem desktop pc habe ich hier die möglichkeit entsprechend die paketgrößen zu erstellen das größte paket ist q4s desktop da ist dann der komplette desktop mit browser ist dabei eine office suite und sämtliche anwendungen die noch so zu empfehlen sind auch ein paar spiele sind mit dabei dann gibt es noch dass die basic version hier sind nur noch einige wichtig also hier ist auch das komplette desktop aber mit einigen wichtigen utilities und system tools aber hier fehlen dann zum beispiel auch die office pakete und auch ein browser fehlt also dass nur der conqueror web browser dann installiert das fehlt dann zum beispiel chrome oder firefox so dann bei q4 q4 os live oder q4 os wie auch immer ich nenne es jetzt mal ich sage einfach mal q4 os so bei q4 os live da wird dann quasi alles das was hier in der live umgebung schon vor installiert ist was auf der dvd quasi drauf ist wird dann eins zu eins einfach auf die festplatte gespiegelt und bei q4 os pure wird wirklich nur desktop umgebung und nur die tools installiert die für die funktion dieser einfachen desktop umgebung notwendig sind installiert dass man wirklich das minimalste system überhaupt hat so nur um das mal kurz zu erklären wir nehmen aber die volle größe das desktop paket und kommen auch schon zur festplatten partitionierung hier oben hat er schon erkannt efi ich habe ein ein uefi system ja und falls du legacy bios hast dann würde hier auch bios angezeigt werden also wenn du noch ein älteres bios hast dann wird er das ganze dann auch entsprechend anders partitionieren hier hat er das ja automatisch erkannt wird eine efi partition anlegen eine zusätzliche dann die rot partition in orange und eine swap partition wenn du jetzt nur ein bios sag ich mal hast ein altes bios dann wird er hier nur zwei partition anlegen nämlich eine rot partition und eine swap partition und auf die rot partition wird nachher der bootloader drauf installiert so einfach nur ein bisschen technisch wir können das ja in irgendwelchen anderen videos mal uns näher mit der partitionierung und so weiter beschäftigen dass das alles auch mal in zukunft ein bisschen mehr sinn ergibt was das überhaupt ist mit den partitionierungen so hier habe ich auch die möglichkeit die partition zu verschlüsseln das will ich jetzt aber nicht das ist jetzt hier nicht notwendig so dann name typ typ hier machen wir q4 os als name des computers dann ein sehr starkes und sicheres passwort für den benutzer typ und automatische einloggen möchte ich nicht aber ich möchte dasselbe passwort als administrator auch benutzen so hier wird noch mal alles zusammengefasst das ist wirklich unglaublich einfach alles bis jetzt gewesen also keine keine großartig komplizierten sachen jetzt gewesen so ich sage installieren und ja willkommen bei q4 os und jetzt ist auch schon alles erledigt q4 os gemini wurde auf dem computer installiert und kann jetzt neu gestartet werden und das machen wir auch einmal auf erledigt und die cd wurde hier unten hat man gesehen schon rausgeworfen und jetzt wird neu gestartet und ja wie immer bei linux oder fast immer landen wir als allererstes normalerweise im grab allerdings wurde grab hier auf null gestellt also null wartezeit weil q4 os q4 os sich als einziges betriebssystem erkannt hat und somit sofort in das eigene betriebssystem reingeladen ist deswegen wurde grab auch gar nicht angezeigt grundsätzlich kann man das aber auch einstellen und wenn man q4 os neben windows installiert dann wird der scrub menü auf jeden fall angezeigt so jetzt kommen wir hier auf eine ja sehr alt backend aussehenden login screen mit einer wunderschönen analogen uhr und hier werden wir nach dem benutzer gefragt schauen wir mal was wir hier sonst noch so machen können wo ich kann hier direkt in den text konsolen modus rein ich kann mich auf einen fremdrechner anmelden das ist ziemlich interessant muss ich sagen das ist erinnert mich so ein bisschen so an die domain an die domain controller von so microsoft wo man sich auf firmendomänen anmelden kann sehr interessant ja ok und sitzungsart benutzer hier wird dann bei sitzungsart werden dann wahrscheinlich noch verschiedene desktop umgebungen angezeigt wenn ich jetzt zum beispiel noch gnome oder kde plasma noch zusätzlich installiert habe so wir sind der benutzer typ und melden uns einmal an hier werden wir jetzt nochmal nach der skalierung gefragt weil das vorher war ja während der live desktop umgebung hier speichert er das jetzt quasi ab brauchen wir ja nicht wir sind soweit ok die standardsprache ist deutsch das hat er bereits erkannt und möchte jetzt wissen ob er dann die sprachpakete jetzt auch installieren kann zum beispiel für die links und so weiter und da sage ich natürlich ja dadurch dass er das alles schon installiert hat wird das jetzt hier einfach nur noch mal geupdatet so und jetzt geht es rein mit der musik herrlich so und wir machen erstmal anzeige dann bildschirmanzeige hier jetzt werde ich das ganze aber über bildschirm einrichten lösen damit er das nachher auch abspeichert und systemverwaltungsmodus global kontrollieren und jetzt kann ich hier nämlich die auflösung einstellen ja ist ein bisschen kompliziert gemacht muss ich ehrlich sagen also das finde ich bei anderen systemen ein kleines bisschen besser allerdings finde ich auch sehr schön dass dieser rote rahmen angezeigt wird sobald ich mich quasi im administrationsmodus befinde ja das hat auf jeden fall was so ein richtung akzeptieren hätte ich die auflösung jetzt hier nur über das kontext menü ich würde mal auf ok drücken hätte ich das ganze jetzt hier nur über das kontext menü eingerichtet hätte das jetzt auch nur für diese sitzung gespeichert und beim nächsten neustart wäre wieder auf die 1024 auflösung runter skaliert worden das wäre dann auch nicht gut gewesen so schauen wir mal der willkommens bildschirm der uns hier begrüßt willkommen oh die schrift das bild das logo oben ist ein bisschen verzerrt wenn ich das fenster hier öffne ok so ja willkommen so was können wir dann hier auswählen hier haben wir den desktop profiler das ist auch sehr interessant für die die jetzt nur den minimalen desktop installiert hatten zu beginn können dann einfach sich entscheiden sagen okay nee jetzt will ich dann doch auf den full featured hier sieht man ja kofi os pur ja nee ich möchte jetzt auf die volle desktop umgebung wechseln ja dann kann ich hier auf desktop gehen und dann auf install und dann upgrade der im prinzip auf die ja desktop version ist alles auf englisch hier finde ich schade dass das noch nicht übersetzt wurde ist aber bestimmt in arbeit so hier kann ich allerdings auch alternativ die desktop umgebung auswählen wenn ich jetzt hier mal drauf klicke und sage ja ich möchte wirklich eine andere desktop umgebung noch installieren dann habe ich hier ein drop down menü und kann mir sogar noch ein paar sachen auswählen wie zum beispiel kde plasma aber auch die schlanken varianten lx cute xfce und lxde lxde ist so das älteste von allen auch mate budgie und cinnamon desktop sind sehr sehr nice der cinnamon desktop für die die linux mint installiert haben die werden den cinnamon desktop sicherlich kennen aber auch mate ist bei ubuntu mate zum beispiel sehr beliebt ja und der budgie desktop ist ebenfalls ein gnome fork der sehr sehr schlank ist gut aber wir installieren jetzt hier nichts wir drücken auf cancel uns reicht das was wir jetzt erstmal haben und ich gehe jetzt einfach mal auf programme installieren und schaue mal nach was ich denn hier öffnet software center ist loading und ich sehe dass hier ein ja sehr einfach gehaltenes software center sich hier geöffnet hat mit 55 programmen oder so den gängigsten programm jetzt weiß ich aber auch nicht ob die sachen hier alle installiert oder nicht ich glaube aber nicht weil ich habe hier zum beispiel nvidia drivers da ist jetzt kein haken dahinter da ich keine nvidia grafikkarte habe habe ich nvidia auch keine treiber installiert ja ansonsten habe ich hier ein paar programme die man durchaus gebrauchen kann gimp zum beispiel und was hatten wir noch ja fall zu lang wenn man das dann benötigt kalibra audacity audacity ist hier mit dabei okay ja und noch ein development pack für q4 os 55 einträge insgesamt ist natürlich jetzt nicht sonderlich viel allerdings wenn ich jetzt noch mal auf die zielgruppe eigentlich ich kenne die wahre zielgruppe nicht ich weiß ehrlich gesagt nicht was q4 os wo die jetzt sagen okay unsere zielgruppe ist das steht auch nirgendwo allerdings wenn ich mir so die ganze aufmachung und die ganze kommunikation so ein bisschen anschaue gehe ich mal davon aus dass die zielgruppe tatsächlich die leute sind die sich wirklich nicht sehr sehr gut mit computern auch auskennen und die vielleicht auch dazu neigen oder schon allein zu xp zeiten oder windows 7 zeiten dazu geneigt haben hoffenweise ja müll aus dem internet quasi zu installieren und sich das gesamte system zum teil auf zu blähen und zu zerschießen und daher ist so ein schlankes software center durchaus eine sehr sehr hilfreich weil hier wird wirklich nur das angezeigt was man auch wirklich braucht ja was man wirklich gebrauchen kann vieles ist schon vorinstalliert ich kann auch wenn ich mehr haben möchte einfach hier auf den paket manager gehen und dann öffnet sich die synaptik paketverwaltung und das ist natürlich dann eher für leute die genau wissen was sie wollen hier kann ich dann das ganze dann entsprechend auswählen aus den verschiedenen bibliotheken e-mail-programmen und im prinzip ist das die volle komplette debian paketverwaltung die es für debian gibt hier kann man hier alles installieren es gibt nichts was man hier nicht installieren kann es ist wirklich alles da ja wer es also braucht so dann übersichtlich finde ich ich ärgere ich mir es ist so ein bisschen wie eine excel tabelle aufgabe übersichtlich ist es nicht so sich richtig schön ist es auch nicht aber es reicht aus um praktisch zu bleiben sagen wir es mal so pro peritäre kodex installieren die werden bei der installation des betriebssystems nicht automatisch mit installiert das ist auch in ordnung hier kann man sich dann quasi aussuchen ob man es denn installieren möchte und wird mit dem ja klassischen microsoft installations wizard begrüßt das finde ich sehr interessant denn so muss hat man etwas an die hand was man schon kennt woran man schon gewöhnt ist und man dann auch sofort weiß wie es funktioniert er hat das jetzt alles gecheckt und jetzt möchte ich das installieren und jetzt werden alle pakete alle notwendigen kodex und pakete einfach installiert ohne dass ich erst irgendwelche exe dateien herunterladen muss überhaupt irgendwelche dateien herunterladen muss gehe ich auch fortfahren die kodex sind installiert das wurde fertiggestellt und ich kann das ganze wieder schließen ja das meine ich eben wer ist die zielgruppe so desktop effekte ein und ausschalten es kann natürlich sein dass das alles ein bisschen verzögert funktioniert wenn ich hier zum beispiel das fenster anfasse dann wird das so halb transparent und dann kann ich das auch so bewegen wenn ich das nicht möchte weil die leistung das nicht hergibt kann ich hier die desktop effekte entsprechend ein oder ausschalten einfach draufklicken dann läuft im hintergrund sonst kript und dann werden die transparent effekte sofort ausgeschalten so ich lasse es jetzt aber mal so wie es ist so kickoff startmenü kommen wir gleich dazu machen wir noch schnell autoanmeldung anwenden hier kann ich dann umschalten möchte ich dann diesen login bildschirm haben oder nicht und hier habe ich auch noch mal zugriff auf das screen scaling was wir zu beginn schon hatten auch das ist leider auf englisch auch hier more options ist auf englisch gehalten also hier ist die übersetzung noch nicht komplett fertig vielleicht hast du ja bock kofio es mit zu unterstützen und da an der übersetzung mit zu wirken fragte ich da einfach mal in das forum rein und hier habe ich noch hardware informationen zur verfügung hier wird dann einfach mal auf die schnelle angezeigt wie heißt der rechner im netzwerk welcher kerne ist installiert was habe ich für ein prozessor wie viele kerne und so weiter und so fort ok gut dann kickoff startmenü da kommen wir jetzt mal dazu und zwar wenn ich hier öffne und mir das startmenü angucke woran erinnert ein das genau das ist der klassische windows 7 startbildschirm oder oder windows xp sogar wenn ich mich nicht irre also windows 7 oder windows xp sowohl als auch nicht glaube windows 7 war das der war so aufgebaut hier ja mit allen applikationen auch hier sind die übersetzungen noch nicht ganz vollständig fertig hier my computer zum beispiel oder hier unten stand ja eben hier steht auch turn off und hier unten stand ja auch applications ja also hier muss man gucken so programme kann man dann hier alle aussehen es ist alles nicht so schick angeordnet wir können mal schauen kickoff menü so jetzt habe ich bürben ist aktuell das hier nennt sich bürben kickoff einmal anwendend ist ja das ist dann der oder kam so ein sound dazu ok und das ist der klassische ja kde im prinzip na kde das ist das ja kde menü quasi wer also kde schon mal verwendet hat der wird das hier auf jeden fall sofort wieder erkennen so funktioniert kde control panel hier auch wieder auf englisch so das haben wir noch classic gucken wir mal was classic ist naja das ist dann so ja windows 95 style windows 98 da ist auch sehr sehr schön weil das ist wiederum sehr sehr übersichtlich und hier hat man dann sofort die möglichkeit den überblick zu behalten was ich bei dem bürben menü nicht so schön finde aber wir können mal noch schauen gehen wir wieder zurück auf bürben okay das haben wir ja hier mit diesem wenn ich auf alle applikationen zugleich ja hier programme zum beispiel dann wird hier irgendwie google chrome separat angezeichnet im ordner und lieber office auch noch mal separat wenn ich jetzt hier auf kategorien gehen anstatt auf q4 os dann habe ich das im prinzip so wie man das so von anderen linux betriebssystem auch kennt tatsächlich dann in die kategorien unterteilt hat habe ich grafik habe ich alles was mit grafik zu tun hat aufgelistet dann internet wenn alle browser e mail programme und so weiter aufgelistet hier ist dann sogar noch die für für die verbindung des smartphones kde connect ja so finde ich das tatsächlich ich persönlich jetzt viel übersichtlicher weil ich so viel viel schneller zugriff auf zum beispiel sämtliche medienprogramme haben anstatt jetzt immer nur auf den einordner wo jetzt nur chrome stand so ja dann das ist das willkommensfenster das ist sehr sehr hilfreich auf jeden fall um den start zu bekommen den start hinzukriegen und wir bleiben gleich mal hier bei den programmen bei den büroprogrammen haben wir eine komplette liebe office bibliothek drin und ich nehme mal an es wird die version 7 0 sein das ist die stelle version für jawohl 7.0 das ist die stelle version für debian auch finde ich sehr gut so dann was haben wir hier noch schönes dienstprogramme diverse editoren hier haben wir auch den debian package installer und so weiter alles das was bei debian selber ja auch drauf ist ja dann regex editor brauchen wir jetzt nicht ja hier haben wir noch ein cd audio cds was ist das naja da kann man wenn er cds wenn man cds rippt sage ich mal wie er denn die sachen dann abspeichern soll welchem format ja der ein oder andere wird wahrscheinlich noch ein paar cds haben die er dann noch digitalisieren möchte grafik vor war grafikprogramme haben eine digicam fotoverwaltung das ist ja ziemlich großes programm eigentlich finde ich dafür dass gimp jetzt auch gar nicht mit drauf ist aber naja so bildschirm bildschirm fotos also kann man ein screen capture machen und ganz einfacher bild betrachter das ist auch gut auch sehr schön was haben wir von kde drinnen ocular das ist und pdf anzeige programm so dann internet das ist ziemlich interessant einmal google chrome also man hat hier nicht firefox genommen sondern google chrome eben weil eben die nutzer die dann hier her wechseln höchstwahrscheinlich in ihrem ganzen leben zuvor bisher sowieso chrome verwendet haben die mehrheit der windows nutzer nutzt chrome das ist einfach ein fakt und aus dem grund eben um diesen wechsel auch für die älteren herrschaften zu erleichtern hat man hier chrome als standard browser implementiert ja einfach um den umstieg so leicht wie möglich zu machen um so wenig wie möglich irgendwelches fremdes zeug mit reinzubringen interessant finde ich aber auch dass die den internet navigator conqueror mit drin haben conqueror wird ja von kde selber schon gar nicht mehr weiterentwickelt oder zumindest von von dem original kde team quasi die das ursprünglich erstellt haben aber das ganze ist hiermit von q4 os vom team mit geforkt wurden und haben das ganze halt das war das falsche hier über conqueror und haben das ganze mit in den normalen tdi also in den trinity desktop das war mein hund der hat sich gerade geschüttelt in den trinity desktop mit integriert und wird mit weiterentwickelt wie schon bei meiner slackware ausführung hatte ich ja schon gesagt der grund warum conqueror überhaupt mit erstellt wurde ist das war so eine art gegenspieler vom internet explorer von microsoft internet explorer auch der conqueror sollte gleichzeitig internet zugang und auch dateiverwaltung realisieren ja mittlerweile ist es nur noch eine rarität also ich würde den konkurrer auch ehrlich gesagt nicht unbedingt verwenden wollen gut was haben wir sonst noch internet wir haben paar mailprogramme thunderbird interessanterweise und auch k mail und was haben wir hier noch ach so das hatten wir ja genau das ist hier für geräte abgleich kde connect so und dann geht es weiter multimedia wir haben vc media player den hatte ich vorhin schon gesehen aber auch den clementine musik player und amarok amarok ist ziemlich interessant das ist ein urgestein in sachen medienwiedergabe ich kann ja mal hier einfach zack und weiter ok weil amarok ist ja extrem mächtiges eine mächtige musikbibliothek so eine mischung aus windows media player und win amp könnte man sagen aber datenbank basierend und amarok läuft auch die dann im hintergrund ja also ich kann hier musik abspielen dann kann ich hier einfach auf play drücken und dann kann ich hinten auf war hier ist zwölf sekunden ok ja ich habe jetzt stopp gedrückt und er hat anstatt einfach stopp zu machen einfach ausgefaded kann man sicherlich einstellen ja und wenn ich das schließe während es abspielt bleibt das hier unten im natas bar erhalten und somit stört das fenster nicht ich muss es nicht minimieren und kann trotzdem weiter musik hören ja ist also das macht diesen player auch unglaublich beliebt wird in vielen betriebssystem auch gar nicht mehr mit vor installiert was ich sehr sehr schade finde gut dann ansonsten so die üblichen verdächtigen xf burn ist dann hier anstatt prasero finde ich auch interessant okay ist kein brenner verfügbar ist aber nicht so schlimm ist ein ziemlich einfaches brennprogramm aber prasero ist ein bisschen beliebter gut ja und das war es dann im prinzip auch schon was hier so drauf ist noch ein paar daddelspiele in solitär spielen beispiel und ja minesweepern drei spielchen sind noch mit drauf und natürlich haufenweise systemtools noch für drucker und natürlich auch ein terminal ist mit dabei und ja für alle die die gerne weiterhin über den terminal auch arbeiten möchten die das funktioniert ganz normal wie bei debian auch eine sudo update zum beispiel da kann ich dann hier die update listen aktualisieren und was dir vielleicht gerade aufgefallen ist ich musste gar kein passwort eingeben ja aus irgendwelchen gründen wird das gar nicht verlangt ist allerdings auch nicht so sicher kann ich nicht empfehlen und ich würde sagen wir haben jetzt noch ein kleines bisschen zeit ich möchte mir mal ganz fix die schrift größer machen wo haben wir sie denn hier vergrößern ja das ist aber auch ein bisschen blöd die schrift vergrößern so ok das sollte reichen ich gucke mal haben wir wenn installierten nein dann guck mal trotzdem mal was bei wenn ich jetzt hier auf weiß sudo g o kommando nicht gefunden das ist interessant haben wir denn nano ja nano hammer ok wir gucken mal was war so finden etc und dann gucken wir mal auch hier irgendwo sudo haben sudo da haben wir es dann machen wir sudo nano und dann sudo was genau so sudo all 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 das ist eigentlich richtig ich hätte jetzt tatsächlich erwartet dass da jetzt irgendwas steht mit no password interessant okay dann machen wir noch mal zurück und gehen mal noch in die sudo punkt d rein was haben wir hier noch drin installer 20 gehabt helper readme und secure pass qvs conf d machen wir mal dann machen wir mal sudo mal gucken ob wir da wenigstens eine berechtigung zum lesen haben haben wir und da haben wir doch den übeltäter hier nämlich erwischt hier ist nämlich bei sudo steht all und dann no password für das ausführen von sudo und das ist ziemlich unsicher also es kann ich überhaupt nicht empfehlen das zu so zu 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 eingestellt zu lassen also hier würde ich dann empfehlen alle benutzen eine wheel grob zu machen und dann die original datei bei sudo oder hier dann entsprechend das aus zu klammern zum beispiel ja und dann eine extra wheel grob zu machen zum beispiel hier mit mir ja eine wheel grob und dann ist gleich und dann einfach und dann ich glaube so war es gemacht und ist gleich und so können dann sämtliche sudo sachen entsprechend dann durchgeführt werden wichtig ist dann alle benutzer auf dieser auf dieser maschine müssen in diese wheel gruppe hinzugefügt werden dann muss ein ad group noch gemacht werden ja das ist jetzt aber viel zu viel technischer kram so im hintergrund ja mir ist es halt wichtig einfach noch mal kurz zu erklären dass diese no password geschichte bei soll bei sudo oder überhaupt bei administrativen sachen sehr 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 schlechte idee ist ja schon alleine deshalb wenn ich nicht alleine bin ich werde jetzt hier das ganze mal abbrechen schon alleine wenn ich nicht allein im haushalt bin und mein rechner gerade offen habe hier kann im prinzip dann jeder der sich an meinen platz setzt sofort irgendwelche systemänderungen durchführen ohne das passwort eingeben zu müssen und das ist nicht gut das ist nicht gut konfiguriert das gibt ein kritikpunkt muss ich sagen das ist auf jeden fall ein kritikpunkt den ich habe ansonsten kann ich ganz normal auch installieren hier drüber sudo habt install das sollte ganz normal funktionieren ja auch hier ohne passwort einfach die installation einmal durch geht auch recht schnell und dann bin ich hier dabei so debian wird hier tatsächlich erkannt also gar kein q4 os logo sondern an das debian logo hat jetzt als os auch direkt debi und bullseye erkannt anstatt q4 os ja ist aber halb so wild ja was gibt es denn abschließend zu sagen q4 os ist wirklich hervorragend vorbereitet hat wahrscheinlich auch viele kritiken schon gehört und viele hilferufe und hilfeschreie gehört was mich besonders fasziniert hat war die skalierung am anfang dass man sofort angeboten bekommen hat das ganze die ganzen die ansicht runter zu skalieren gerade für leute den 4k monitor haben ist absolut genial auch die spracheinstellung gleich zu beginn noch bevor die umgebung überhaupt geladen ist dass man auch gleich die sprache einstellt vom optischen her weiß man auch genau wer zielgruppe ist zielgruppe sind ältere leute oder leute die wirklich auf die alten windows maschinen sich so festgekrallt haben so windows xp windows 7 die es dann irgendwann leid waren auch immer wieder eine neue windows version zu upgraden und die haben den umstieg auf q4 os super super leicht super leicht weil es sieht tatsächlich alles nach windows 7 und windows xp auch aus es fühlt sich auch so an so ein bisschen und es super intuitiv negativpunkt muss ich sagen ist der paket manager beziehungsweise software center sagen muss man so paket manager ist ja abt und synaptics aber die der software center mit den 55 programm das ist könnte schöner sein das sieht alles so ein bisschen wie eine excel tabelle aus das könnte aber wirklich auch ist auf jeden fall sehr sehr viel luft nach oben um das ganze ein bisschen nutzerfreundlicher auch ein bisschen intuitiver zu machen es muss jetzt nicht so üppig ausfallen wie die software center von ubuntu oder auch von elementary os aber zumindestens irgendetwas wo man auch mal ein bisschen rumstöbern kann und ein bisschen rumsuchen kann damit das ganze auch spaß macht ja ansonsten das menü das startmenü finde ich persönlich ein bisschen unübersichtlich schön finde ich aber auch dass man das ganze einstellen kann dass man das ganze in kategorien einstellen kann das ist aber eher eine geschmackssache um gottes willen da will ich niemandem zuvorkommen deswegen auch schön dass man es überhaupt auch verschieden einstellen kann um eben sämtliche geschmäcker auch abzudecken ist auf jeden fall es wert zu installieren gerade auf etwas älteren maschinen es ist eines der stabilsten betriebssysteme die es auf dem markt gibt Debian sowieso und wer noch einen alten laptop so zehn jahre alten laptop oder so zu hause hat oder vielleicht tatsächlich Windows nicht braucht eine alte maschine Rechner zu hause stehen hat wo er nur mal surft und mal ins internet geht oder mal e-mails abruft der braucht kein upgrade auf Windows der braucht auch kein antiviren programm mehr kaufen er braucht kein keine defragmentierung mehr durchführen registry cleaner und was es so alles gibt nein es reicht wirklich q4 os installieren es ist unglaublich schnell die ganze bedienung wie ich das jetzt hier gerade so schon auch gezeigt habe es hat alles sofort reagiert also es hat nichts ewig geladen man musste nicht warten es reagiert wirklich sofort und das ist absolut fantastisch es ist wirklich wirklich toll zu bedienen es macht richtig richtig Spaß und deswegen großes Lob an die Macher von q4 os bleibt dran macht weiter und hört weiter auch auf die Rufe auf die Nutzer die dann vielleicht die ein oder andere Verbesserung noch wünschen so aber was weiß ich schon ich bin ja nur so ein Typ im Internet das ist ein Typ im Internet das ist ein Typ im Internet